Nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein, das Konzert startet in wenigen Augenblicken 6 1,5 Stunden später. This is a new team of the week with Ibrahimovic, with Arjen Robben und Robert. Levertowski und nicht vergessen, Trajkowski. Was geht ab Freunde, euer Stefanie und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack Opening. Ja Freunde, heute haben wir wieder ein richtig geiles Team der Woche dabei. Oh mein Gott, was für kranke Spieler momentan released werden, ist nicht mehr feierlich. Dazu haben wir noch die Special Sales am Start, 15 K-Packs, 10 Stück haben wir davon. Und das Ganze geht noch 4 Stunden und 52 Minuten, da sollten wir auf jeden Fall schaffen, die 10 Packs zu öffnen. Wollen wir auch gar nicht lange facken, let's go. Ich hoffe wir ziehen heute einen geilen Info oder vielleicht sogar einen orangenen Spieler. Das geht doch schon mal super los. Oh, da werden wir direkt im zweiten Pack wieder geprankt. Oh mein Gott, you know, sometimes he's getting better and better with Non-Rap-Packs and RAV zu RV. Oh, Kosta von Bayern. Der müsste noch so 20.000 Münzen wert sein. Den hatten wir ja damals schon mal gezogen, als er noch irgendwie 40.000 Münzen wert sei. Weit sei. Ja, Freunde, das war's jetzt auch schon mit den 15 K-Packs. Wir hatten leider nicht so geile Spieler drin, außer Douglas Kosta war eigentlich nur Scheiße drin. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht was Besseres gezogen habt bei den Packs. Kommt schon. Let's go with the 7.5 K-Packs. Ziehen wir da einen geilen Spieler und das ist De La Bea. Der Junge ist auch in jedem Pack-Opening dabei. Oh ja, Antonio Cantreva haben wir gezogen. Der ist mittlerweile gar nichts mehr wert. Ich weiß noch, glaube ich, für den letzten oder vorletzten Pack-Opening war der noch 10.000 Münzen wert. Jetzt kannst du den fast schon abstoßen. Das ist echt eine traurige Geschichte. Mann, oh, oh, Rodriguez. Ja, jetzt können wir leider nicht gucken, was der Wert ist. Und Remi, also eines der besten Packs. Ja, Luigi, immerhin 84er. Also in den letzten Packs hatten wir echt nur Scheiße drin. Da kann man sich sogar freuen über so einen Spieler. So, Freunde, jetzt wird mal Zeit für einen Nose-Pack. Das gab's eine lange Zeit nicht mehr. Ich hoffe, wir durchbrechen jetzt den Fluch und ziehen was Geiles. Oder es wird ein Beweis, dass wir heute einfach nur Scheiße ziehen, Alter. Mann! Ja, Freunde, leider haben wir heute wirklich nur Scheiße gezogen. Ich habe aber locker für 10.000 FIFA-Points und nochmal 300.000 Münzen oder so geöffnet. Also heute hatte ich echt Pech. Egal, Freunde, vielleicht haben wir nochmal im letzten Pack was Geiles. Komm schon, drückt mal alle die Daumen jetzt. Drückt alle die Daumen. Fabrizio, Alter, mit seinen Puma-Haaren, ey. So eine Scheiße. Ja, Freunde, dann war's das soweit auch von diesem Back-Opening. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl wir jetzt nicht so die geilen Spieler gezogen haben. Ich glaube, Douglas Costa war der Beste. Danach kam Nassi oder so und Pufon. Aber ich würde mich trotzdem, wie gesagt, selber einen Daumen nach oben freuen. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr was Geiles gezogen habt oder ob ihr auch so ein Pech habt wie ich. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da sage ich jetzt ungefähr zum 100. Tag. Scheiße, Alter, voll auf Brille. Haut rein und ciao! Ah, manchmal machen Back-Openings doch echt super viel Spaß, ey. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Ey, Leute, Alter! Schneid mir die Koronis ab! Ich öffne einfach noch ein Pack! Noch ein Pack! Oh mein Gott! Und Gareth Bale ist drin! Oh mein Gott! Leute! Im letzten Pack! Ich wollte eigentlich schon aufhören. Und mach einfach noch ein Pack auf! Und es hat sich gelohnt! Gareth fucking Bale! Junge, Junge, Junge! Der ist, glaube ich, 200.000, 300.000 Münzen auf jeden Fall wert! Ey! Komm herunter, ey! Dann hat sich das Pack-Openings doch noch gelohnt! Krass, Alter! Gareth Bale! Junge, 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 ey! Aber jetzt müsst ihr mal wirklich die Daumen nach oben smachen, Alter! Schafft ihr die 15.000 Likes, 20.000 Likes, 100.000 Likes für Gareth Bale! Ja, Freunde, da warst du jetzt aber auch wirklich von diesem Pack-Up-Fillig! Lasst einen Daumen nach oben, da haut rein! Ich bin weg und ciao! Ey, lasst doch vorteilen! Wie ich das hasse, Alter! Der steht doch schon im Abseits! Man hat den Ball und der pfeift ab! Yeah! Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer und Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des ersten Footdrops mit Siri!